Hallo Leute! Willkommen zum Street Fighter Carrier im Story Modus. Let's do it! So, mal schauen was die so zu sagen hat. Is this the purest form and strength of a partner? Mhm. So is it? With the speed and grace of the wind. Lovely. Welcome back, Miss Karin. Miss Karin? Miss Karin? The Kanzuki heads of family. The Kanzuki Shikujutsu. Flawless. And how is the Prime Minister? He is well, if not a bit boring. It seems as if Birdie is still nowhere in sight. Aha. Mal schauen, mit dir habe ich noch nie gespielt. You just slipped me after the tea kettle. How about some after meal exercise? I haven't eaten nothing yet. Haha, how can you do it? I haven't eaten anything yet. But I just died with the Prime Minister. Wow, the big hands. Has he broken his waist? Yes. Oh. Yes. Okay. Give him! Give him! No! No! Hey, the comes down. No! Okay, fine! Aha, between you. Mine. It didn't work! It hardly even works as a proper warm up! Shibasaki! Miss? Er wird tragereich. Das ist der Master von Senjutsu, der für drei Tage mit deinem Großvater war, der Master Kanzuki von 100 Jahren. Hehehe, kämpft mit einem legendarischen Hermit. Die Idee meines Erachtens. Bekommst du, meine Erachtens? Ich werde natürlich auch Online-Spiel aufnehmen. Ich denke das wird dann sogar spannender. Da bin ich mir sicher. Aha, Dalsi. Mal schauen. Der gefällt mir auch, optisch. Mein klarer Favorit ist Vega, aber Dalsim habe ich noch nie gespielt. Ich kann es kaum erwarten. Mal schauen, ob sich das ändert. Seine Reichweite ist sehr gut. Mal schauen. 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 Malchen. Mal schauen. Mal schauen. Gott. Mal schauen. Das ist ein Minto! Das ist er. Du hast es gemacht, dann bitte... Die Eigenschaften der Yoga. Du hast es weitergebracht. Und dein Wettbewerb weiterentwickelt. Du bist ein Wettbewerb. Du bist ein Wettbewerb. Du solltest weiterentwickeln. Du musst mich entschuldigen. Before du gekommen bist, ich war ein Wettbewerb in der Art der Teleportation. Gute Glück auf deiner Reise. Ah, er ist ein Master. Wie interessant. Willst du das kämpfen? Und dann reden. Normal. Wir sind zivilisiert. Die Zeit ist gekommen. Muskel? Das ist ein Muskel. Ah, was eine Überraschung. Es ist so gut, dass du dich sehen kannst. Oh, es gibt noch ein paar Leitungen. Das ist ein Wettbewerb. Wie funktioniert das? Definitiv. Das ist... Die Hand, die die Kanzuki-Familie nicht hat, sogar auf dem Risiko ihrer eigenen Leben, able zu überraschen einen Gegner, so weit wie 12.000 Kilometer entfernt. Der Russe. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Sie überrascht sie mit nur dem rhythmischen Bewegung des Muskels. Ich muss das für mich selbst versuchen. Aber ich dachte, ich habe das nicht gut gespielt. Er ist echt nicht ein bisschen... ...larm, man. Langsam. Unbedingt logisch. Aber ich muss doch mal. Nun, jetzt, dass wir diese Nuisance rauskommen haben... ...let's beginnen! Na! Wir werden die Wettbewerb mit keinen mehr Distraktion. Ich habe auch. Wie gesagt, er ist nicht so besonders schwer. Hס, ich habe auch. Was ist das denn, Gott? Nur Chance. Miss Karin? Miss Karin? Oh nein. Ich glaube die Story von Karin ist auch zu Ende. Aber komischerweise ist diese Aufnahme am längsten gegangen. Von, von ihr? Der will Essen. Der Treuen von Essen. Donuts. Ja. Kennt ihr auch welche brauchen? Was macht der? Sakura. Hurra. Also ich lebe extra nicht so viel damit man die Geschichte von all den Charakteren geniessen kann. Dann wäre es einfach so, wie ich es mag. Soll ich beginnen? Bring es! Wäre nicht gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit rede und dann läuft da Geschichte von Karin. So, dann ist die Geschichte von Karin auch zu Ende. Und im nächsten Part geht es weiter mit Mika. Mika? Okay, bin ich mal gespannt, wie es weiter geht. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis dann. ... 2 3 5